happy birthday md dual, happy birthday konjan ali, happy birthday djun horallo, happy birthday tuntung goma mamgi und ich spiele heute früh immer ich spiele gerne br ranking spiel, ich spiele es nochmal ansonsten lasst euch überraschend was ich spiele viel spaß ok s ranket geht auch nicht das cs aber mal schauen was ich hier so reißen kann so 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 oh weiß aber ich war gerade nicht der beste ich habe mich nicht mehr um sicherheit gerade gekümmt ach schon wieder keine empf 5 5 5 7 5 6 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 6 7 1st Blut Oh, Misty. Peace. jetzt 1 und gute arbeit Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war noch gar nicht fertig. Mensch. Ich bin zufrieden. Ich glaube, da wäre man... Ich bin zufrieden. 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 hat keinen zu haben das habe ich was Was ist das? Ah, super... Ah! Ich muss, glaube ich, neun Runde spielen. Zwei total scheiß Runden, wirklich! Ich hab... äh, schlecht... War der schlecht? Hab ich schon ewig nicht mehr... Egal, gut... Manchmal ist so das Gefühl, das Spiel mit Absicht einen verlieren lässt. Also gestern hatte ich gespielt, da war ich eigentlich... Oder jetzt... nicht so falsch... Jetzt hier die ganzen... Spieler spielen... Besser wie ich schlecht... Ha, ich weiß es... I missed... ... 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 Die Untertitelung des ZDF, 2020 oh cool down double kill oh wii geht Was? Mit der Mini-Uzzi! Ich vergesse mal die Fähigkeit von den Charakter einzusetzen. denn Feinde in der Nähe sind einfach E-Drücke, da gibt es ja so eine Explosion Gegner kriegt Schaden Helft mir Wir ging es rein noch Hm, war rechts hoch, ne? Okay Punkt 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020